Ah ne, bestimmt nicht. Ja, das war Melcher, seine Anmoderation. Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge. Ja, dann erklär wenigstens den Leuten, warum ich so aus einer Blechbüchse rede. Genau, der Melcher, der hat gerade einen, der Melcher, also ich sag genau den 1 zu 1 Wortlaut, was passiert ist. Der Melcher ist gerade losgerannt, warum auch immer der losrennt, hat dann seine, hat seine, hat seine Maul, hat seine, 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 hat seine Dings mitgenommen, sein Mikro, was Flickrack Overdeck gemacht hat und dann hat sich das Ganze natürlich erledigt. Jetzt hört er sich so dumpf an, weil er nämlich gerade mit dem Hetzer spricht, weil das Mikro eventuell einen Schaden haben könnte. Hey, guck mal, du hast 3, 2, 1 gesagt, ne? Ja. Hab ich gesagt, warte noch, weil, ich dachte nicht, wir rennen einen Marathon oder so. Ja, aber. Dann ist der Supermänner so ein Dings. Nee, ich wollte mir dann nur was zu trinken holen und rennen dann voll und mein Mikro ist aus, gefühltem, so zwei Metern runtergefallen. Okay. Scheiße, achso, dein Schreibtisch steht zwei Meter hoch. Nein, gefühlt. Ich möchte eigentlich so mit dem Fühlen in der Luft. Genau, der Weltschatz ist auf dem Hochsitz. Ja, aber so 80, 80 Zentimeter oder so locker drin. 80 Meter. 80 Meter, Mann. Ja, auf jeden Fall heute mit dabei, der Taro ist wieder, der Sergeant Max, der Lentgen, der Kyrillus und natürlich Magee Ademajer. Magee Ademajer. Was ist das denn hier für ein Spiel, Alter? Kennst du das noch nicht, Mann? Gttt. 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 Es passiert total. Ja, sag mal kurz ruhig, sag mal kurz ruhig, sag mal kurz ruhig Hallo! Hier hat, Alter im Pott liegt C4! Im Pott liegt C4! In der Toilette! Geht doch weg, Leno! wieso ignorieren die das mit dem mit dem c4 kann sich auf die stühle setzen oder wo bist du denn was passiert wegen der bombe die hochgegangen ist warte mal soll ich mal hier auch zocken das geht nicht ich kann jetzt die dice rollen ich weiß nicht irgendwas ach warte mal major ah guck mal ok du bist noch da wir nehmen das ding hier ok ich nehme die warte komm her geht irgendwie gar nicht ich kann sich hochheben aber ich kann es hinlegen irgendwie so es geht nicht weiter bis zur weißen kante da wo seid ihr denn curry muss ich das jetzt einfach anschießen so bam nee curry wir sind in so einem raum was da für ein raum was ist denn der attack key oder schießen eigentlich die schießen oder oder für jetzt spielen leute nicht erschrecken ich schieß mal ganz kurz mit der shotgun dagegen wurde ok man jetzt gesehen was irgendwie muss das gehen das musste auch mit spielen ja leute nicht vor mir ich war nicht ich will dieses spiel spielen müssen da vielleicht irgendwie mit dabei damit das funktioniert ja ich habe keine ahnung ja dann sollte der leno ja mal dahin gehen der leno ist auf jeden fall traiter dabei der leno ist auf jeden fall traiter weil er nämlich den major getötet hat oder die machen oder die verarschen uns aber dem der leno ist auf jeden fall noch am leben das würde ja heißen dass die ganze zeit unter uns einer war warte mal sind wir jetzt nur noch zu viert hier oder was ne leno ist auch irgendwo hier aber er redet nicht weil er sich tot stellt warum sagst du denn warum machst du warum sagst du das so safe max ja hä weil er doch für noch mit 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 major da war major meinte doch so nein nein leno kurzer soundcheck hallo ich hab's doch gesagt leute mann aber trotzdem ich sehe das jetzt traiter oder nicht das ist ein fenster dafür das aufnahmefenster ich sehe das nicht okay warte mal wenn ihr leno seht dann müsst ihr den töten ja auf jeden fall warum weil er erstens also nicht weil der trader ist direkt weil es proben ist sondern weil er halt sich tot stellt jetzt oder weil er halt nicht sagt leno sag was okay wir töten ihn das hätte vollgebracht das ist gut also max ist der einzige der hier irgendwie also ich natürlich auch aber max also ich hätte ja ich hätte ja das schon töten können oder anschieben können naja das argument zählt nicht mehr ja gut zählt ja das geht ist ich sag ja nur fakt ist wir haben jetzt also irgendjemand muss ja gleich mal anfangen zu töten ja das ist nochmal gut ja schon da vorne sehe ich max bild das ist ja ich gehe schon mal level wieso wieso wegen mein bild das was sie hatten crossbow in der hand nein ich hatte kein crossbow ey warum komm ich bin doch gar nicht bei dir oh hier leno ist es, leno schießt auf mich leno ist es, leno ist es, leno schießt auf mich ja leno schießt auf mich, leno schießt auf mich, leno schießt auf mich, leno schießt auf mich ich krieg ihn nicht, ich krieg ihn nicht oh warte vielleicht hatte Glück nein nein ich hab meine waffe weggeschmissen du bist so dumm Max wieso schmeißt du deine waffe weg ich hab die falsche tasse gedrückt ich war auf counter strike modus mit kuh wechseln und so eine kurze bestätigung, geht mein mikro wieder ja mann, meiji, was war denn? ich glaub ich hab's rückwärts ich mein hab ich doch was? ich hab rückwärts zu meinem mikro geredet ja hab ich doch gesagt zu dir du troll nein mann, du bist doch ernsthaft hä? er muss sich einfach auf die seite legen das mikro nein ich stand nicht mit meinem rücken zu mir nein du hast das mikro falsch rum gehabt ne? ja ja das hab ich ja gerade gesagt ey aber man kann nicht von hinten in ein mikro rein nein wenn du schon voll taurig so weißt du wenn du Nieren-Mikrofone hast wenn du Nieren-Kai weggelegt hast dann nicht wie low ist denn das Alter? weißt du der hat das mikrofon umsonst gekriegt und richt sich nur auf der alte Affe alter ey ohne witz wie low ist denn so ein mikrofon ich will jetzt aber bitte alle Mikros halt die Klappe welcher Mann man kann aus beiden seinen reden weißt du ne wo ist denn das hier das Spiel? irgendjemand hat das kaputt hier ist es ja wie geht denn das? ich will immer noch wissen wie viel ich will das spielen jetzt du leuchtest auch grün wenn du da stehst du leuchtest grün ja guck mal was heißt das? ja ich will da ausspielen warte 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 ihr müsst da draufstehen was ist los? ja 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 und jetzt? wir müssen glaube ich alle hier draufstehen Curry ich schieß mal kurz in die Luft wie ist mach nen Tisch? sonst mach mal holster okay man kann das nehmen glaube ich ja aber du kannst das nicht rausnehmen ne 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 wir müssen alle hier sein wir müssen alle hier sein wir müssen alle hier sein wo denn? ähm dieser ich weiß nicht wie der Raum heißt oberer Stockberg ja wo denn da? komm dann hol dich mal oberer Stockberg was steht denn da oben? was steht da? äh whose turn is it? schieß doch mal in die Luft ich weiß wo sie sind aber ich verstehe nicht was das hier bringen soll also ah hier genau jo was ist das denn hier? ja ihr müsst auf die Stühle springen ihr müsst auf die Stühle springen ihr müsst auf die Stühle springen schieb mal kurz ja ich bin grün sind wir alle sind wir alle da? sind wir alle da? ne einer fehlt noch einer fehlt noch mach mal Radar an mach mal Radar an hab's aber gehört aber ich will nicht hier sitzen die Zahl ist ungünstig ja ich bin jetzt der Game Master hier oder was? müssen wir da für den äh äh hier steht press the attack key roll your die ich glaube es müssen erstmal alle jetzt hier sein so alle auf die Stühle springen alle drauf da und jetzt Max will uns sowas von töten was? was? ich drück mal E der Max leuchtet nicht grün 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 ok warte based on your roll number ja okay les mal weiter taos leuchtet auch nicht grün taos guck mal Dennis hat irgendwas vor wenn Dennis nicht redet hat der was vor ne ich ich überleg nur was ich hier grad machen muss ich will nur grad gucken was passiert aber was taos du bist erster du musst glaube ich mit E ich hab B oder? ne klappt nicht hey was muss man denn da machen? muss man vielleicht holstern? muss man vielleicht holstern? ey das meine ich bin jetzt geholstern ich will jetzt sogar warte mal ich guck kurz nach was die was die Taste ist bei der keyboard Dennis schieß mal bitte ja pack mal deinen Gun weg bitte gravity gun reload use item button machines im Knife kein Action ja attacky ist doch ist doch attacky attacky ja das ist halt eine Maus ne so bisschen freaky warte mal wieso Dennis keine hat ne Waffe aber nur du weißt du ja weil ich ich trau euch nicht ja wir wollen ja nur grad gucken es geht nicht es geht nicht muss man irgendwas geiles machen warte mal press the attack key to roll your die you have wo steht attack key move your player please based on your roll number attack was ist denn move your player please based on your roll number das ist die Nummer hier die niedrigste Nummer muss anfangen glaube ich wie die niedrigste Dennis muss anfangen ok was muss ich jetzt was muss ich jetzt machen drück mal E oder keine Ahnung passiert nichts nein nehmen ist linke Maus das zu drücken und dann ach das ist wahrscheinlich sowas wie russisch roulette oder so ja 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 genau wann jetzt turn is it wie schön ist das denn ok 1 2 3 4 5 ok 7 8 hä ich kann die Dinger nur so bewegen nein nein das geht nicht warte mal dieser scheiß funktioniert nicht hier irgendwann kriegen wir das noch raus ich geh jetzt hier weg weißt du Dennis geht weg als Traitor was macht ihr denn hier für ne Orgie man ok das macht keinen Sinn hier komm ok ich geh weg schau hau rein wo ist welcher ey ey Max lass mich bitte bitte Max hier nein nein sorry sorry was machen die da alter ich war kein Traitor was ist das Dennis ey ey Tauros ist es Tauros ist es Tauros ist Tauros ist es ey das Baby liegt geschossen wer 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 war jetzt Traitor ich wollte euch nur Spaß nicht rauslassen ich wusste ich das endlich mit so ner G-Hat Bombe da steht aber Major möchtest du dich in aller Öffentlichkeit entschuldigen kurz hm warum warum denn ja weil du mich beschuldigt hast ey das war doch nur ne Vermutung Adam ey ich bin immer gut zu dir man vielleicht weiß das ja jemand ja schreibt's mal in die Kommentare hey ich glaub man muss einfach ein Attackey machen ein Attackey Curry Curry lest mal vor ich check das auch nicht ich kann das auch nicht welcher Beginn hast du mal ich kann das auch nicht welcher Beginn hast du mal Curry wie Alfbeen Alfbeen Wolle ist es gut Curry ist so ein süßer Bengel einfach ne hör auf ich glaub es wird irgendwann langsam Zeit man weiß wofür wofür das Bett Achso Attac Major ist unterwegs Attackey auf geht's Alex Attackey kann man hier mit dem Passel fahren kann man damit fahren das Geile ist ich fahr drei Mal hintereinander Traitor und bin seitdem nie mehr Traitor gewesen To roll your die Kann man hier fahren man kann nicht mit dem Fahrschirm fahren ich glaub du kannst damit fahren ja wie denn wie musst du das machen du musst den niemand töten ich will niemand töten um den Fahrschirm zu verknutzen was soll das na geht nicht doch in jedem Casino ist wo innen alter ist ein Tresor geht das hier auch leucht ich auch hin ne ne hier geht das nicht das ist kein das ist halt von von Dings von James Bond weißt du Casino Royale Casino Royale Royale hallo Dennis hallo Dennis hallo Dennis was ist hier los was ist hier los ich wollte so Dennis hallo sagen weil sie steht da mit dem Crossboard ach nein ich glaub damit wir spielen können brauchen wir diese Goldbarren du stand so gerade nur auf dem Tisch das war Lennu das war Lennu welche Goldbarren ne sag mir nicht dass ich jetzt hier genau das selbe wo seid ihr denn Lennu ja man braucht diese Goldbarren wir sind ab und ab zu gewinnen Major als innocent äh wo sind die denn wir müssen uns erstmal Chips irgendwo organisieren erstmal Geld eintauschen ja komm mal mit mir ja aber wir wollen ey das geht echt glaub ich wir müssen jetzt die Chips mitnehmen das geht ey wir müssen jetzt die Chips mitnehmen um die um die auf den Tisch zu stellen oh oder was im Tresor wer ist denn es tot ja ja ich nehm den mal mit aber der Trächtige Trächt du brauchst den nämlich nicht wiederbeleben Max ja als ob ey ja als ob es kommt ja gar nicht ja als ob ja was hast du da was ist das Chips wo kriegt man die denn ich will auch welche drunten Pokertisch aber oh die braucht man bestimmt weil man die da irgendwie hinlegen muss oder so ne das so also ich setz den Dennis ja warte mal Chips oder jetzt Goldbarren der Einsatz ist eigentlich das Leben das ist echt so wie russische Orlette oder nicht doch pass auf äh 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 Max Max in Flakranti hä was ist denn der Flakranti wieso kann ich nicht schießen damit was los wieso kann ich nicht schießen damit das geht ey was ist doch nicht du musst erst nachladen ach so das wusste ich nicht ich hätte ihn so locker weg machen können ey was war das denn jetzt Max das geile ist der Max zielt der Max hat die Max aber ich hab deine Sicht gesehen du hast die ganze Zeit beim Curry äh beim Tarros auf den Arsch gezielt warum hast du denn nicht einfach in den Kopf geschossen was ja er war verträumt ey okay man so wir machen natürlich noch eine Runde hier bei den anderen Map ernsthaft ja komm ernsthaft jetzt Alter ich dachte ich dachte wir wollten nicht so lange spielen hey aber die Folge geht doch schon die Folge geht doch erst 14 Minuten oder ja ist doch genau richtig ja also ich weiß ja nicht äh alles unter 14 Minuten geht nicht dann muss 15 Minuten sein eine Minute hat gespielt jo vorbei äh komm wir es kommt ja alle zwei Tage das Projekt äh Projekt deswegen das Project Project mit Überraschung XXL Folge ey Major hau mal raus da heute heute ist es wieder so white heute was kommt jetzt X Walter ne XXL Folge raus Sonio oder ey was ist das für die Sprache die da redet ey Mensch Nigo was ist da los ey Nigo hast du grad in aller Öffentlichkeit Nigo gesagt hab ich gesagt Nigo hast du auch gehört Major Nigo hast du das auch gehört ja Nigo von Dingsda wie diskriminierend der ist ne was für Nigo jetzt fang doch nicht wieder mit der Propagandascheiße an hier okay mit einem was mit der Puppelgandermaschine 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 okay man von welcher Szene rede ich jetzt ja ist bisschen Insider okay aber haben wir schon mal grad ne haben wir grad schon mal erwähnt ne also ich erzähle letztlich Story so wir sind es ist halt nachts weißt du und wir sind halt voll krass unterwegs und so als Navy Seals meinst du auf einmal finden wir was und man sagt eine Person ja lies mal vor und dann AFP ja vorlesen ist gut ey oh scheiße ja ich war mir halt sicher dass ich es verkacke deswegen hab ich sie doch voll auf oh ne da fliegen sie wieder weißt du ey wer ist da gestorben ja ist doch ne Aufwärmphase ja pass auf wir machen das so die nächste Folge gibts ja dann übermorgen liebe Leute ja jetzt habt ihr einen kleinen Sneak Peek gesehen hier was euch erwartet ja Sneak Peek ne wir kriegen das sonst zeitlich alles nicht hin das ist leider der Fakt dahinter deswegen übermorgen gibts eine neue Folge ttt immer ttt ne 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 übermorgen gibts ttt bis dahin tschüss